Am Sonntag startet der große 15. Rosen-Sonntagsumzug in Dessau-Roslau. Die Wegstrecke ist klar und auch die meisten Organisationen, die sich am Umzug beteiligen, sind voller Erwartungen. Wie sieht's aber mit den Zaungästen aus? Wir haben uns drei Tage vor dem großen Fest auf der Straße umgehört und wollten wissen, worauf freuen Sie sich am meisten zum Rosen-Sonntagsumzug? Das ist egal, also auf alles. Ist doch interessant. Und vor allen Dingen auf Wetter, dass das Wetter anständig ist, dass man stehen kann und nicht, dass so ein Schneegestöber kommt. Nicht regnen, das ist wichtig auch. Wir werden schauen, mal sehen. Interessant ist es immer. Ich weiß noch nicht, je nach Wetter, wenn im Wetter, werde ich mal gucken. Leider bin ich schon ein bisschen älter, habe einen behinderten Mann, da kann man nicht so sehr viel anfangen, aber ich gucke sehr gerne. Wir hoffen, dass das Wetter mitmacht, das taut ja. Denn für die schönen Kostüme wäre es ja jammerschade, wenn die so irgendwie verdreckt werden, die da sonst immer sind. Woran ich mich erfreue? Nö, ich bin kein Fan des Faschings, nein, gar nicht, gar nicht. Ich gehe lieber in der Natur spazieren wie das Gegröle. Und ich meine, hier die Gegend ist ja auch nicht gerade die Faschingsgegend. Ich habe 40 Jahre in Wiesbaden gelebt. Und da hatte man Mainz vor der Tür. Da sind wir auch immer geflüchtet, wenn diese drei tollen Tage waren. Ja, also ich gehöre nicht zu denen, die das unbedingt um sich haben müssen. Die Stimmung, die dort ist. Und vielen, die vielen Leute und hoffentlich schönes Wetter. Aber sonst, das war es eigentlich. Wie kann man sich da freuen? Dann freue ich mich, dass die Leute lustig sind und da tanzen rum und schmeißen sie Bonbons. Und das war es.